Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 29. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1239, heute mit den folgenden Themen. LastPass, Basics, Duolingo, AVM, Netflix, Meta, Blackberry und Berset. Ja, ihr habt richtig gehört, Polit-Content, fast schon hier drin. Aber es geht ums Prinzip. Ich starte gleich mit LastPass. Eine App, die ich nicht unbedingt empfehle. Schon länger nicht, schon seit Jahren nicht und das hat Gründe. Zum Beispiel, dass die App schon zweimal angegriffen wurde und Daten entwendet wurden. Jetzt gab es wieder einen Angriff, haltet euch fest, nein, es wurden keine Daten entwendet. Also die Daten sollen anscheinend laut eigenem Blogpost von LastPass selber sicher sein. Was aber entwendet wurden, waren Teile des Quellcodes sowie Anwendungen für verschiedene proprietäre, technische Informationen und etc. Und so weiter und so fort. Und schön, und schön, und schön. Also wie gesagt, ich würde mich da umsehen für eine Alternative. Ich werde meinen Beitrag zum Passwortmanager und den Möglichkeiten, die es so gibt, in den Shownotes hinterlegen auf daily.geekdog.ch, damit ihr ein bisschen nachlesen könnt. Vielleicht findet ihr da eine Alternative. Meine ist OnePassword schon seit Jahr und Tag. Tag und Jahr oder wie man es auch immer sagt. Genau. SpaceX durfte eine schöne Geschichte einfahren. Und zwar durfte SpaceX, oder wie gesagt, die Telekom, also die deutsche Telekom in Amerika, T-Systems oder wie sie da drüben heissen, durfte eine Kooperation bekannt geben mit eben SpaceX. Das heisst, man kann in Amerika mit T-Mobile US, so heissen sie drüben, nämlich schon viel abdecken. Bis auf 20% der Landfläche in den Vereinigten Staaten sind abgedeckt. Aber es gibt eben Orte, wo man das nicht kann. Sei es in kleineren Städten, wo es sich fast nicht rentiert, aber auch in Nationalperken und so weiter. Noch viel schlimmer ist es, 90% der Erde ist ein Funkloch. Also ich spreche hier nicht von Deutschland, so gross seid ihr nicht. Aber ja, es gibt natürlich auch ärmere Länder, Spass beiseite, die eben keinen Zugang haben und somit auch ganz viele Menschen, die keinen Zugang haben. Und damit möchte ja unter anderem auch Elon Musk mit SpaceX entgegenwirken. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze zustande kommt, wie die Kooperation da funktionieren wird und generell, wie das Ganze ablaufen wird. Aktuell weiss man ja, das ist eher einfach nur auf einem Basic-Level. Sprich, darüber kann man SMSen verschicken und Notfall-Anrufe absetzen, Instant-Messaging-Dienste in eingeschränkter Funktion. Aber da soll in den nächsten Jahren mehr kommen. Spannend ist der Zeitpunkt, wo das Ganze jetzt aktiviert wurde, also die Neuigkeit rausgehauen wurde. Denn man munkelt ja schon länger, seit Jahren, dass Apple an einem iPhone mit der Möglichkeit, über Satelliten zu telefonieren bringen wird. Und das hat natürlich genau diese Gerüchte wieder angeheizt. Wie blöde heisst, wir haben in ganz vielen Medien wieder lesen können, dass das iPhone 14, wahrscheinlich nur das Pro oder alle oder keiner und was, jetzt plötzlich mit Satelliten telefonieren können. Ja, im Frühjahr hiess es noch 15 oder 16, also die iPhone-Modelle. Jetzt, durch diese Verkündigung, ist es ziemlich näher gerückt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Duolingo. Die App kennt ihr sicherlich zum Sprachenlernen. Die ist genial, die ist praktisch und die bringen jetzt eine neue App raus, die sich dann nennt Duolingo Math. Also Mathematik, Math besser gesagt. Und darüber sollen eure Kinder besser, einfacher lernen zu rechnen. Ich freue mich sehr, wenn die App kommen wird, denn meine Mädels können da noch ein bisschen was an Hilfe gebrauchen. Und dann wäre die App sicherlich etwas, worüber sie dann eben, ja, mehr Mathe, besser Mathe lernen können. Dann hat AVM die Produkte bekannt gegeben, welche sie in der IFA, welche ja diese Woche stattfindet, präsentieren wird. Da ist zum Meinten ein Fritz Peter 3000 AX Version, ein neues Fritz Phone, nämlich ein X6, ein Fritz DECT 302, ein Fritz Box Fiber, die kennen wir schon. Und die Ankündigung, dass Fritz OS 7.50 auf die Masse zukommen wird. Auf was freue ich mich? Auf den grösseren, oder besser gesagt, Tribant Wi-Fi 6 Repeater 3000. Ich freue mich auch auf das neue Telefon. Ich freue mich genauso auf den Fritz DECT Adapter für die Heizgeschichten. Und natürlich ganz stark, obwohl ich das auf meinen Boxen schon drauf habe, dank Beta. Ja, lieber Mike, auf den Fritz Boxen, zumindest in der im Büro, habe ich eine Beta drauf. Ich weiss, Skandal, aber Podcasten tue ich nicht über diese Leitung, somit alles wieder ruhig an der Stelle. Genau, die 7.50 kommt für weitere Geräte ausgerollt in den nächsten Wochen. Dann gibt es Neuigkeiten. Nachdem man schon weiss, dass Disney Plus 7,99 verlangen wird für den Account, wo sie Werbung ausspielen, hat jetzt auch Netflix ein bisschen spekuliert oder man spekuliert um Netflix rundherum. Das Abo soll anscheinend zwischen 7 und 9 Dollar liegen. Kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen, da das kleinste Abo ja schon bei 9,99 ist. Die Frage ist natürlich dann, was man damit machen kann, dass 9,99 Dollar, ich weiss, in Schweizer Preisen ist es so abweichend, aber ihr kennt die, wenn ihr es nutzt, bekommt ihr ja nur einen 480p-Stream und nur ein Gerät. Wenn ihr dann natürlich in diesem Basic-Account mit Werbung mehrere Geräte habt, dann kann sich das schon wieder rechnen respektive lohnen. Wir werden es sicherlich bald erfahren. Nachdem Sony bekannt gegeben hat, dass sie im nächsten Jahr ihr PlayStation VR-Headset in der zweiten Version vorstellen werden, muss sie natürlich Zuckerberg auch hinten nachreichen, weil man möchte ja die Marktmacht im Bereich VR behalten, angereicherte Realität oder eben virtuelle Realität. Somit hat er gesagt und die Gerüchte bestätigt, die wir schon mal hatten, ja, per Oktober kommt ein neues Headset. Und das wollt ihr alle haben, denn, ey, richtig toll, neben virtuellen Avatar, den ihr da drauf machen könnt, habt ihr die Möglichkeit, dass die Datenbrille eure Augen trägt und somit immer weiss, wo ihr hinschaut. Ich meine, wer will das nicht, dass Facebook noch mehr über uns weiss? Jetzt wissen sie dann auch bald schon, wo wir hinblicken auf der Webseite oder in dieser virtuellen Welt. Also unbedingt zuschlagen und kauft das Zeugs, kauft das Zeugs. Denn, ja, Meta, also Facebook, verkauft die Dinger immer noch unter Preis, weil man möchte noch in der breiten Masse die Marke sein. Wie lange das noch funktionieren wird, das werden wir sehen. Dann kommen wir zu einem Thema, was die jüngeren Zuhörenden hier im Podcast wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen. Blackberry, ein Dauerthema beim TikTok-News-Format, damals, als es sie noch gegeben hat. Ja, von denen gibt es jetzt dann einen Film. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, die Produktion sei durch. Ich bin gespannt, wo das der Film kommt und wann. Und ja, vor allem, wie sie sich auch beschreiben, wie sie dann schlussendlich verloren haben. Weil das waren mal die Geräte fürs Business. Dann haben sie den Touch-Dings verpasst, also den Touch-Markt verpasst, also Apples iPhone. Und schlussendlich haben sie dann auch das Ganze weitergegeben an TCL, welche eine Android-Lösung mit eben den Blackberry-Aufsätzen drauf gemacht haben. Aber das hat nicht gefruchtet. Und den Rest von der Story kennt ihr oder auch nicht, dann interessiert es euch nicht. Zu guter Letzt kommt eben das Polit-Thema. Unser Bundesrat, Anne Berset, hat Einspruch erhoben. Ich meine, ja, ich bin da ganz der Meinung vom Chefredaktor Reto Vogt vom Inside-IT-Magazin. Auch der darf das tun. Ein jeder Mensch in der Schweiz darf das tun. Aber das ist eine unglaublich hässliche Fehlwirkung. Denn, ja, was hat er erzählt oder was hat er gemacht? Er hat eine 5G-Antenne, die in der Nähe seines Hauses aufgestellt werden sollte. Im Dorf oder in der Stadt, äh, im Dorf oder in der Nähe des Privathaushalts. Und das ist natürlich eine unglaublich hässliche Message, die er da mit rausschickt. Zum einen, wir wissen ja nicht genau, was ihn daran gestört hat. Aber das hat uns auch nicht zu interessieren. Aber es ist halt einfach, wenn ein Bundesrat, der eigentlich dieses Zeugs fördert und vorgeben möchte und will, dass die Schweiz vorwärtskommt, sowas, so eine Einsprache macht. Das wird die 5G-Verschwür wieder ganz nach vorne bringen. Ich freue mich schon auf meine Kumpels in der Flacherden-Telegram-Gruppen. Ach nee, doch, die haben auch was gegen 5G. Ah, in all den lustigen Gruppen, die da so rum sind. Und die ganzen Memes, die dann jetzt da rauskommen. Ah, ich hatte schon gehofft, wir haben es endlich geschafft. Und jetzt kommt ein Berset ums Eck. Dankeschön, lieber Herr Bundesrat. Mit den Worten beschliesse ich diese aktuelle Folge. Euch einen schönen Tag. Einen schönen, vor allem einen guten Start in die neue Woche. Und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.